Hey, willkommen zur 26. Folge von Seenthrow 4. Und auch der Ron ist wieder hier. Hey. So, ähm, jetzt geht's weiter. Versuch mal den Auftrag zu bekommen. Das ist immer noch der Schwur. Melde dich bei Matt. Kannst ja mal gucken, bei der Schwur, ob da Ziele entführe, das Auto mit den Daten bei dir jetzt durchgestrichen ist. Hm, durchgestrichen ist es nicht. Okay, dann müssen wir das definitiv für dich dann später nochmal machen. Ah, jetzt bekomme ich das Virus eingesammelt. Ja? Hä, was ist denn das für ein Blödsinn? Jetzt hast du das... Entführe das Auto. Genau. So, alles abgehangen. Okay. Also jetzt ist wieder hier, trifft dich mit Matt auf dem Schiff. Nee, das habe ich nicht. Aber das kann ich annehmen. Der Schwur. Und melde dich bei Matt. So oder so ähnlich. Bei mir steht, trifft dich mit Matt auf dem Schiff. Nee, wird bei mir auch nicht angezeigt. Obwohl ich es gerade angenommen habe. Hm. Wow. Okay. Ist das Auto einfach um explodiert, als ich drauf gelandet bin? Oh, nicht schlecht. Datensammlung. 20. Okay, ich bin dann mal drüben. Ja. Ich werde die Aufgabe jetzt mal... ...änsen. Mach das. Ich habe die jetzt schon versucht zum dritten Mal anzunehmen. Ich kann die nicht annehmen. Warum auch immer. Hm. Wahrscheinlich, weil die schon der Horst angenommen hat. Oh, der Horst ist schuld. Zockt der denn da? Datensammlung 23. Jawohl. Ich spreche mal mit ihm. Spielt bestimmt das Sandsprogramm für Ihre Tränen. Jetzt möchte ich die Aufgabe jetzt verändern, die Sie jetzt machen. Die gleiche generelle Idee und eine bessere Reward für Sie diese Zeit. Danke für das Programm. Sammlerobjektfinder. Sammlerobjekte werden in der Welt hervorgehoben. Fortfahren. Dash War abgeschlossen. Jetzt wo du sagst, ein Saints Row für PS Vita wäre natürlich auch mal gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich würde es mir kaufen und zocken. Ja. Sunrun hat etwas eingesammelt, das du übersehen hast. Ja toll, wenn ich noch nicht mehr jetzt in der Simulation bin, kann ich auch so viel übersehen. Ja. Ähm. Ja. Wargeld. 9131. Gucken, was kann man jetzt noch für Aufträge annehmen. Wir sind ja schon fast am Schluss irgendwie. Viel dürfte ja nicht mehr fehlen, ne? Theoretisch nicht. Ich führe das Auto mit den Daten. Durch System. Hm. Sinn Truppen. Trainingsprogramm. Wofür auch immer. Absolviere das Trainingsprogramm. Wollen wir mal kurz ein Trainingsprogramm absolvieren. Na, wegen mir. Überlebe. Hä? Okay. Okay. Also Simulationen betreten. Kommt heute schon irgendwas? Jo. Ich hab schon überlebe. Ich muss nur noch dahin, wo ich überleben soll. Gut. Was ist das jetzt für ein Trainingsprogramm? Schon da? Äh. Noch 800 Meter ungefähr. Ich bin schon genau drüber. Sehe ich. Gehe ich mal hin. Klar. Okay. Nehmen wir es mal an. Es speichert. Okay. Boss? Vs? Hä? Oh ne. Ne. Das habe ich jetzt echt nicht. Ich hab gedacht, dass das so aus ist. Ja. Kann man ja auch nicht hin. Wave one! Stirb! Oder wie? Ah! 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 Oh! Oh! Oh man! Ist der ausgewichen! 2 1 das verteidige die stellung hier der wohl keiner reinkommen gerade wo das ist ja keiner reinkommt auch so ein kiel so Sie müssen Kontrollen auf der Target-Agelegenheit nehmen. Ne? Man muss nicht immer wieder runter. Das ist so wirklich der Aliens. Sehen ja auch was wie Aliens, ne? Ja. Meine Landung muss ich noch trainieren. Ach, das geht hier auf Zeit, oder was? Müssen wir jetzt die ganze Zeit hier überleben? Hm? Keine Ahnung. Wow. Verteidige... Silber? Die Golds nehmen wir jetzt nicht mehr, oder so. Ich hab wirklich keine Ahnung. Die Golds nehmen wir jetzt nicht mehr, oder? Das ist ok. Die Golds nehmen wir jetzt auch. Was soll das? Jetzt sinkt das Ding wieder. Wo ist denn schon wieder hier unten? Kommt noch was? Drei, zwei, eins, null. Und jetzt die Genki-Girls! Okay. Okay. Verstehe ich jetzt zwar... Oh, nicht wirklich. Was ist... Jetzt wieder hier killt, ne? Okay. Oh, die halten ein bisschen viel aus, ne? Oh, ja. Ich renne denen immer entgegen hier und dann immer mit der A1 hier, diesen Move. Ja. Nur noch die eine? Ja. Hä, sag mal. Die macht das aber ganz schön lange mit. Echt? Noch einen. Schalten. Hier kommt der Head des Ronin selbst, Junichi! Jääääääää. Stirb, stirb und stirb. Ich brenne. Wir sehen hier leicht einen Überblick. Jupp. Nur noch die eine. Wenn man hier diese komischen Niederwürfe kann man hier mit dem nicht machen, ne? Nee, irgendwie nicht. Wo ist denn? Runter. Bronze. Ich glaube da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Ja. Also da sind wir noch nicht so drauf. Definitiv nicht. Oh du Gott. Oh du Gott. Oh du Gott. Nicht wirklich. Ach du Gott. Wir hatten 16 Sekunden. Wir müssen es in 4 Minuten schaffen. Ja. Okay. Das ist dort eng. Unfair. Gerade so 28 erreicht. Ja. Was ist das hier für eine blöde Alien-Fratze auf der Karte? Wo? Alien-Fratze? Hm. Auf unserer Mini-Map siehst du das nicht? Die Alien-Fratzen? Ähm. Ach das sind die Statuen. Ah alles klar. Sind die Statuen zerstört? Stimmt da gab es ja auch noch was. Na aber hier oben ist nämlich noch eine deswegen. Bist schon offen wie ich? Zudem auch. Ich bin schon oben. Na schön. Okay. Geh ich halt woanders hin. 3 von 36. Kannst du noch nicht die Wände hochlaufen? Ja doch. Aber ich bleib ja mal an den Kanten hängen. Komisch. Ich bin grad einfach so hochgelaufen. Was? Zerstöre das System. Hast du das auch? Jo. Wollen wir das System noch zerstören? Dann müssen wir ja. Niemand zwingt uns. Ah ist schon besser wenn wir es machen oder? Jo. 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 ein stampfer hast du. kannst stampfer machen. mg und stampfer. na das wird jetzt nicht ganz so wie die anderen sind ja alle bei dir. kommt ja alle hinterher und muss mal stehen bleiben. wenn die stehen bleiben dann fahren die alle nicht vorbei. wenn ich dann hoch springen und dann vermöre. kannst du auf dem boden machen schon klar. ok. boah klar. die überfahren mich. ouch. ich brenne. vielleicht noch mal eine datensammlung eingesammelt. jo das war ja so ein stampfpunkt auf dem boden. stampfpunkt? ja weiß schon was ich mein. 8 von 10 sind so gut gegigte fahrzeuge. könig der herausforderungen. 5 von 66. ich habe keine ahnung. was hast du getan? ich habe keine ahnung. komm lass uns übernies es noch. ach. silber holen. ok. fliegt. gut. ja komm. ich mag es. ich mag es. ich mag es. ich mag es. ich hab es. ich werde uns hier verweigert. Nein! Na gut, selber. Äh, ja. Ah, ich habe auch nur gefühlt gewesen. Na? Okay, geht weiter. Speichern! So, was ist das denn noch für eine Fratze? Noch eine Fratze? Na. Sieht aus wie Johnny Gett. Ja. Ah, hier, was ist das? Ah, das ist Audiolog. Achso. Okay. Sagt der was? Ich wirklich, oder? Oh, jetzt falle ich. Oh. Okay. Beende das Rennen. Noch ein Rennen? Jetzt noch nicht, oder? Ich könnte ja gerne mal was anderes machen. Naja, das ist ja jetzt unsere, unsere Mission. Meinst du, sollen wir beenden? Ja, wegen mir. Na gut. Oh, danach geht's wieder mit Story weiter. Ja. Wow. Wollte ich doch jetzt gar nicht. Wie krieg ich das Ding da raus? Was raus? Na, bei mir ist so ne Datensammlung ja mitten an der Wand. Und? Krieg die aber nicht raus. Also weit drauf stampfen kann ich ja nicht. Ähm, irgendwas draufwerfen. Mit Telekinese. Ach, mit Telekinese. Ach, mit Telekinese. Okay. Brauche ich noch was. Juhu. Weiß nicht, sind da Kugeln in der Nähe? Ne. Nur Flugzeuge, aber die sind so groß, kann ich nicht heben. In einem Auto. Schlechter im Flughafen. Ach, am Flughafen? Hm. Okay. Ne, da ist ja gar nichts zum Hochheben. Hallo. Ah, jetzt. Bist du auf dem Weg zum Rennen? Jo. Okay. Wollen wir starten? Ja, ganz ruhig. Mal gucken. Vielleicht schaffst du es ja wieder in Gold diesmal. Wieder auf Punkt genau. Warten sehen. 15. Oder 50. Und dann? Schnapp dir Superschubkugeln, um noch schneller zu werden. Ah, das wird nix. Total abgekackt. Echt? Das ist schön. 200 Meter vor mir. Warte. Ich besieße sogar die Entfernung. hm. Hm. Machen wir schon. wo ja das ziel kommt. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht bin ich aber auch wieder dann total an Versagen. so wie immer. So wie immer. Das war schon schnell da. Achso. Ich habe es nur noch aus der Ferne gesehen. Cool. Ja wohl. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das mal jetzt als erster schaffe und dann noch auf Gold. so muss das sein. 10.000. Wow. 11.000. Okay. 11.000 habe ich auch. 10% Bonus. Genau. Aber EP lassen auch wieder zu wünschen übrig. Ich bin schon Level 29. Ja? Hm. Okay. Dann machen wir hier wieder eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis dahin. Amin. Ich bin. Es ist sehr gut, ich habe einfach days lefte oder mit in BBs. Frau balancing sich das Dämonium.